Hallo meine Lieben, hier ist wieder ein Spiel von mir und zwar dieses Spiel nenne ich einen Staffellauf und zwar folgendes, ihr könnt irgendwas in der Wohnung oder im Garten auflegen, egal was, ich habe jetzt Tennis wieder genommen, einfach ein paar Stück auflegen, könnt ihr auch so lang machen wie ihr wollt. Hier ist die Startlinie, hier auf der anderen Seite liegen drei Sachen, könnt ihr eure Lieblingsstocktiere nehmen oder könnt ihr auch gerne von euch irgendwelche Tücher nehmen oder Scheiß oder Hauben, was auch immer. Das heißt, Kommando, Start ist, hier auf der einen Seite, im Vierfüßlerstand, aber nicht auf dem Knie, sondern auf den Füßen, hier durch, ein Stück nehmen, in Slalom zurück und auf die andere Seite bringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, auf die Plätze, fertig und los. Ein Stück nehmen und Slalom zurück, hier ab, wieder zurück, auf ein Vierfüßlerstand und wieder zurück, Slalom und so weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hoffe es ist ein bisschen anstrengend, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao.